so leute ich habe jetzt einfach nur mit eine runde und fangen wir schon ein paar eindrücke von der messe ein also viel spaß damit so leute ich habe jetzt noch ein bisschen Vielen Dank. 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 ...and continue with the AgroScaping contest result. Welcome them to the stage is Team Romy Verlaan. And we're going to show you what they created a little bit later in this presentation. Team 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 A little bit on the side, guys, please. Team number three. Team from Balbi-Vaguero, the defending champion. Oh, so sad. At least you will get all the glory then. Team number four. The team from the one and only Dave Chow. Team number five. The team from the lovely Teresa Lazar. And then, of course, team number six for my big friend, Felipe Oliveira. And, of course, I've now introduced all the professional aquascapers. But please give one more hand of applause for all the hobbyist aquascapers who assisted all these pros. And if Felipe and Teresa could move just a little bit because we want to show what kind of aquascapes you guys have created. Because it's amazing work, what you've done. The first one, the aquascapes from team number one. The team from Ako Romi, a very lovely aquascape. Very well done. It received a lot of votes. And where's the applause, guys? Come on. Team number two. The way to this lovely scape, Sasha Hoyer. And I think everybody who follows Sasha our bit online immediately recognizes his style. The aquascapes from team number three. One from Baldy Varguero. Totally out of her comfort zone, but very well done. Team number four. One from Dave Chow. Team number five. Teresa Lazar and his team. And last but not least, the one from the team from Philippe Oliveira. And you can see that they're all trying to be relaxed, but the tension is rising because this is the time where we will know if Bobi Varguero has defended her title or she will have somebody else taking the prize away from her. So, just like last year, we're going to start with the almost winners. The almost winners. Can we have the awards, please? I don't know if you understand, but I don't know if it's going to be right here. And three to the like. Teams from three. And Esther is going to award them. The first almost winner is the team of Teresa Lazar. Teresa Lazar. He's one of my favorites, but he's almost won. That's the prize that they're giving us right now. It's the prize. The prize. There it is. It's good? No, we're not going to win. We're not going to win. Sorry. Three in there. Okay, der nächste Team, der auch fast gewonnen ist, ist die Team von Filippe Oliveira. Filippe Oliveira hat auch schon fast gewonnen. Manche immer weniger Aquarius sind, um zu wissen, wer hat gewonnen. Da ist er ein starker hugo mit Ester, von Aquaflora. Und seine Kollegen auch. Vielleicht sollte man sich fragen, wenn sie für dich gewonnen haben. Wir sehen uns. Okay, der 3er Team, der nicht gewonnen ist, ist fast gewonnen. Oh, Bobi hat die Titel verloren. Bitte, bitte, bitte. Ein super hugo mit Ester. Der 3er Team ist der 3er Team. Der 3er Team ist der 3er Team von Romy Verlaan. Und Romy Grau Fuerta. Wir haben nur 2 Aquarius. Der der Sascha. Der Sascha. Der Sascha. Wer ist der? Der Sascha. Wie war der Winner. Der. Wenn ich nicht mal, haben wir noch zwei Teams, wie das sind. Der ist von Dave Chau. Und die hatten, von der der anderen? Sascha. Königst Du ein wenigxpercer gehen? Das Team von Dave Shaw. Können wir ein bisschen Veränderungen machen? Wer hat schon den Awards gewonnen? Er wird gewinnen. Ja. Ich denke so. Dave, ein bisschen von der Seite. Hier haben wir Dave Shaw und Sasha. Wer hat gewonnen. Ja, es ist ein bisschen dicht auf der Seite. Kailey, kann man ein bisschen von der Seite gehen? Ja. So, what are we going to do first? I think the almost winner again. No, the winner. The winner. No. The almost winner. The presentation is already done. Almost winner first. It is the team from Dave. Ciao. Sasha. Sorry. Bueno, 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 bueno. Tenemos que... Nice. Nice to meet you. Thank you. Congrats. And that means the winning team is... The team from Sasha Hoyer. And since we announced that Balby was the European Champion last year, you now are the holder of the European Championship. Congrats. Say something, Sasha. There we go. There we go. There we go. There we go. Congratulations, man. Perfect. Congratulations. Manuela. You're a bit overwhelmed. Let's see it. Okay, can you now please just move to the center of the stage one more time for a big round of applause, our Arcoscaper. Okay, if all your professionals could just move out. The 26th things that you have been looking at at the end of the show there. Amazing quality. And we kicked this off. Do you remember the date? In June... 29th of June. 29th of June. It was an amazing day of Arcoscaping where we had over 30 contestants. We had a lot of help from pro Arcoscapers. And... Yeah, basically that was the best day of Arcoscaping I've ever seen. I think you agree. First of all, again, a big round of applause for the sponsors there. First of all, Beta Aquarius. For the great Arcoscaping, thanks. JBL for all the tools and souls that are sponsored. And again, there's no Arcoscaping contest without the involvement of Esther Maus of Arcaflora. Thank you very much again. We're going to start with 10th place. Benjamin Stofferes. And it's very good. Just a little boy standing there. And here you can see… Then we're on the ninth place. And it's from Mark Jan Viole. 8. Platz ist von Bastiaan Kruidenier. 7. Platz ist von Mark Hogenboezem. 8. Platz ist von André Zorbirats. 8. Platz ist von Mark Hogenboezem. 8. Platz ist von Mark Hogenboezem. 9. Platz ist von Mark Hogenboezem. 10. 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 Platz ist von Mark Hogenboezem. 12. Konkret Warsführung. So und das ist Platz Nummer 3. Ich blende jetzt noch von allen Becken die Fotos ein. Viel Spaß dabei. Vielen Dank. Ich bin ziemlich im Arsch. Aber du kannst jetzt noch mal erzählen, wie fandest du die Messe? Sehr gut. Zand. Ja. Ja, wir sind ziemlich im Arsch. Sieht man vielleicht. Ich glaube, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass den Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.